In diesem Video zeige ich dir, wie du dich auf der Werbeplattform traffic-exchange-netzwerk.de registrieren bzw. anmelden kannst. Traffic-exchange-netzwerk ist auch eine ganz typische Viral-Mail-Werbeplattform, so wie viele andere, auch sehr bekannt, performt auch sehr gut, also eine sehr gute Conversion-Rate und ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Wenn du auf den Link geklickt hast, bzw. der Link hier oben im Browser ist, dann einfach auf Enter drücken, dann befindest du dich auf dieser Oberfläche und dann gehst du hier auf Registrieren. Hier draufklicken, dann hier jetzt das Anmeldeformular ausfüllen, Vorname, Nachname, eine E-Mail-Adresse, dann erforderlich hier einen Haken rein, ich habe die AGBs und Datenschutz erklären gelesen und akzeptiere diese und dann hier unten draufklicken, jetzt registrieren. Ihr Account wurde erfolgreich erstellt. Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail gesendet, um Ihren Account zu aktivieren. Klicken Sie bitte auf den Link in Ihrer Bestätigungse-E-Mail. Okay, ich wechsle jetzt um in mein E-Mail-Postfach und sehe hier Ihre Anmeldung bei Traffic Exchange Netzwerk. Klicke hier drauf und hier Account mit diesem Link aktivieren. Hier draufklicken. So, und jetzt die E-Mail-Adresse eingeben und hier das Passwort, was ich auch bekommen habe, das kopiere ich mir hier raus. Paste und dann Login. Dann befinde ich mich bereits in meinem Account. Treffe ich Exchange Netzwerk, Geld verdiene im Internet. Werden Sie jetzt Member-Pro-Mitglied in unserem Traffic Exchange Netzwerk. Eine monatliche Member-Pro-Mitgliedschaft hat viele Vorteile. So, hier kommen natürlich jede Menge Angebote. Ich scrolle hier runter. Ich will aber zuerst jetzt in mein Dashboard auf die Oberfläche. Ich habe ja bereits ein Account, deswegen kann ich das Angebot hier überspringen. Man sollte das aber auf jeden Fall auch nutzen. Es ist ein sehr günstiges Angebot. Ich gehe hier jetzt weiter. Ich bin nicht an diesem Angebot interessiert. So, und jetzt habe ich bereits bei der Neuregistrierung auch 5000 Werbepunkte bekommen in diesem neuen Account. Das bekommt auch ein jeder. Und hier jetzt einen kurzen Überblick über diese Seite. Hier kann man die ganzen einzelnen Unterseiten noch einmal anschauen. Einstellungen, dann hier die Provisionen, ein Upgrade, was man eben machen kann. Dann die Referrals, wenn du eben Partner unter dir hast. Dann hier die Werbemittel. Hier findest du jetzt auch deinen Ref-Link. Das ist jetzt mein Ref-Link, mit dem ich auch andere Partner werben kann. Und hier gibt es auch schon einen fertigen Text. Man braucht das wirklich nur Copy und Paste. Hier ist auch der Ref-Link bereit zu enthalten. Also einfach kopieren und dann entweder an deine Liste schicken, an deine Partner, an deine Freunde, bei Skype, Facebook, wohin auch immer. Und einfach verschicken. Und für jeden neuen Partner, den du dazu bringst, bekommst du natürlich auch Werbepunkte. Dann hier FAQs. Fragen und Antworten, auch interessant. Sollte man auf jeden Fall anschauen. Dann hier wieder mein Profil. Das, was ich ausgefüllt habe. Dann hier Mitgliederprofile. Hier gibt es andere Mitglieder, deren Seiten man auch besuchen kann. Mein Blog. Dann kommt man weiter auf eine andere Seite zu einem anderen Partner. Dann Promocodes. Derzeit natürlich noch nichts vorhanden. Dann hier Downline-Bilder. Hier gibt es natürlich wieder weitere Werbeplattformen, über die ich natürlich auch Videos gemacht habe. Dann Contest. Hier gibt es immer wieder Wettbewerbe, wo man mitmachen kann. Dann meine Geschichte. Hier kannst du dann deine Geschichte eintragen. Dann Geschenke abholen. Hier gibt es immer wieder Geschenke, die man so abholen kann. Dann hier gibt es natürlich auch Support-Anfrage. Dann hier jetzt die Werbung. Hier kann man Werbung schalten. Text-Ads. Dann hier Banner-Ads. Login-Banner. Solo-E-Mail. Auto-Surf. Dann hier kannst du Punkte erklicken. Das heißt, wenn du hier auf diese Seite gehst und hier draufklickst, dann bekommst du immer wieder Punkte. Hier verdienen sie jeweils 10 Punkte pro Klick auf eine Werbeanzeige. Hier klicken. Dann hier Spotlight-Promo. Punkte kaufen. X-Short. Das heißt, hier kannst du deinen Link, wenn du einen langen Link hast, kürzen, shorten, glocken, wie auch immer. Also es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Denn unser Blog. Also einfach einmal alle einzelnen Punkte durchschauen und kontrollieren. Wichtige eben hier die Werbemittel, wo man den Ref-Link finden kann. Und hier dann Logout. Okay, das soll es kurz gewesen sein für die Registrierung bzw. Anmeldung und einen kurzen Rundgang in dieser Plattform. Den Link für diese Werbeplattform findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen, na dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist es natürlich auch in Ordnung. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, dann abonniere einfach meinen YouTube-Kanal. Dann bist du immer up to date. Also viel Spaß und viel, viel Erfolg.